Okay, lass uns Insekten nehmen, komm. Okay, dann nehmen wir Insekten. Warum ist es nicht ratsam, störende Westen mit zu fußen? A. Die gelösten Zuckerstoffe, die sich in der Luft auslösen, B. Die Westen sind umso stärker gegen den Luftstrom anzufliegen, oder C. Der Kohlenkioxidverhalt der Atemlucht macht sie aggressiv. Aber ich habe immer gehört, dass das sehr gut ist, dass das sehr gut ist, dass das sehr gut ist, dass das nicht umfassend ist, wie er stand. Sie machen sich ja gut, ne? Also meinst du, die ist angepustet, und dann denkt sie, ey, du kannst nicht mal, ich blieb dir jetzt entgegen. Und mach zu dem. A. Das heißt, die normalen Luft ist ja auch gegen den Luft. A. Nee, aber wenn, du musst ja entgegenwirken. A. Wenn sie jetzt auf einmal kommt, dann gehst du, ja, das ist ja, ganz schön. Also, ich würde auf jeden Fall, A, würdest du auch ausschließen, ja, also die gelösten Zuckerstoffe, die locken sie zusätzlich an. Ich meine, das ist eine gute Sache, wenn ich sie wegpuste mit Speichel, äh, das ist ganz ehrlich, dann würde die nicht nur die gelösten Zuckerstoffe nochmal zurückkommen, das wäre egal.